Im Fahrts- und Handelszentrum befindet sich im geschützten Augustus-Bucht. Außer der Stadt Richtung Westen befindet sich im Waldpark Cicat. Dort sind zahlreichen Hotels schon im 19. Jahrhundert unter der Leitung des bekannten Botanikers Ambrose Haracic angelegt. Und denkmal des Ambrose Haracic, Professor an der Seefahrtschule, bekannte Botaniker, befindet sich vor dem Museefahrtschule und 18 Jahre lang durch die meteorologische Messungen. Und im Zentrum befindet sich der Junior Museum, der Fuchsjömen Museum, der erste Hotel in Bobo.